2012 hatten wir hier das erste Mal den Herrn Teifke vom Vier Rennbahnverleih hier am Start. Und in dieser Zeit gab es ganz, ganz viele Menschen und Kunden, die gesagt haben, Mensch, damals im Jahr 2012 war so eine super Aktion mit so einer gigantisch großen Carrera-Bahn. Das, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist tatsächlich real. Was ist diesmal anders an der Bahn? Ein neuer Streckenverlauf, den wir hier geplant haben, extra für diese Veranstaltung. Etwas anspruchsvoller, als das im Jahr 2012 war. Wir haben im Infield mehrere Kurven noch weiter ausgeformt. Ich glaube, ein ziemlich anspruchsvoller Kurs. Aber wie auch schon 2012, wir haben fantastische Rennbahn. Drei Wochen lang steht hier die Bahn. Und das Interessante ist, jeden Tag gibt es eben einen Tagesgewinner verbunden mit einem Gutschein, den man gewinnen kann von der Formelgalerie. Dann gibt es den Wochengewinner. Von allen Tagesgewinnern dann halt die besten der Woche. Ich gucke gerade mal. Aktuell Rundenrekord 14,40. Das ist sensationell gut. Die Qualifikation, damit man sich überhaupt für den Tagesgewinner bzw. Wochengewinner qualifizieren kann, liegt bei 19,50. Und das zu schaffen, ist erheblich schwer. Ist wirklich schwer, selbst wenn man ein bisschen geübt hat. Und wenn man dann sieht, 14,40 ist also eine sensationelle Zeit und Hut ab. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber das war auf jeden Fall ein Guter. Wir haben natürlich ein riesiges Lager an diesen Fahrzeugen. Über 150 Fahrzeuge haben wir im Bestand. Hier ist das Motto Faszination Carrera Formel 1 der große Preis. Deswegen haben wir hier ein Setup gewählt mit ausschließlich Carrera-Fahrzeugen. Wir bieten aber auch DTM-Fahrzeuge an und auch Serienfahrzeuge, die hier hinstellen. Bisher haben wir Anmeldungen, sagte mir der Herr Teifke, der die Rennbahn hier betreibt für uns. Bisher über 120 Anmeldungen, also Samstag geht es hier heiß her. Also ich wüsste es auch ganz gerne. Wie lang ist denn jetzt eigentlich diese Rennstrecke hier, die hier aufgebaut ist, die hier layoutet worden ist? Und dazu gibt es doch mal was zu gewinnen, Herr Scher. Ja, genau. Also das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil man sich nicht vorstellen kann, wie lang die tatsächlich ist. Aber sie ist schon erheblich lang. Ja, zu gewinnen gibt es tatsächlich, dass man schätzt, wie lang diese Bahn ist. Und man muss das eben ausfüllen, dann hinten in die Trommelbox, in die Losebox einwerfen. Dann wird dort die Glücksfee die Lose ziehen und der Gewinner oder der, der gezogen wird und die richtige Lösung hat, kann dann Einkaufsgutscheine und auch eine Karrierabahn gewinnen zusätzlich. Also attraktive Gewinne und Einkaufsgutscheine lohnt sich mit dabei zu sein und meine Bitte an Sie einfach ausbilden, reinwerfen und gewinnen. Kind im Manner oder einen persönlichen Traum umzusetzen, auch beruflich? Nein, das war im Grunde genommen ein Zufall, der sich ergeben hat aus einer Anfrage eines Einkaufszentrums, ob man nicht mal so eine Karriererennbahn machen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie mir den Auftrag unterschreiben, dann mache ich Ihnen eine Karriererennbahn und das Ganze war 2003. Dass sich das jetzt so entwickelt hat, war mir auch nicht klar, aber ich freue mich immer drauf, wenn wir unterwegs sind. März 1 März 2